Es geht um Wissen, um Denken und um Taten. Es geht um Team Spirit, Bereitschaft und Mut für neue Ideen. Es geht um die Zutaten für die Neuen, die großen Aufgaben. Ich möchte in praxisnahen Workshops arbeiten und an lebendigen Diskussionen teilnehmen. Taktik knüpfen, Spaß haben und nicht nur Kugelschreiber sammeln. Ich möchte was bewegen und auf die Beine stellen. Da ist Karriere für mich erstmal zweitrangig. Es geht um Pioniere. Es geht um die überraschenden Lösungen unserer Zeit. Große Ideen haben Tradition am See. Die Zeppelin-Universität. Offen für Pioniere. Und nu können sie noch weiterentwickeln. Die Zeppelin leapf晶. Untertitelung des ZDF, 2020